Ein ärztlicher Kollege von uns, der 29 Jahre alt ist und einen kleinen Höcke an der Nase hat. Jetzt möchte er gerne auch die Nasenspitze etwas höher haben und passend zu seinem Gesamtgesicht. Er hat bereits ein sehr markantes und charismatisches Aussehen und die möchte er nur fein unterstrichen haben. Und dafür die Behandlung hier. Man sieht, wie die Nase auf einer ganz natürlichen Art und Weise, ohne einen besonderen Hinweis dazu zu liefern, dass hier eine leichte Abstimmung oder eine Korrektur durchgeführt worden ist, hier von uns durchgeführt wird und die Nase am Ende wirklich minimal sich zwar verändert, aber ästhetisch eine perfekte Linie und Symbiose zeigt.